so willkommen zurück beim nächsten part 12 mit ein neues studio mikrofon haben wir ich hoffe die qualität ist jetzt annehmbar besser nur das beste für euch ein kleines upgrade ich freue mich schon ich habe bock zu zockeln legen wir los krankheit ausgebrochen läuft man das was was war das im letzten part habe ich vorher angesprochen werden die neue krankheiten zu erforschen habt dann erforscht sie ja im letzten part habe eine unbekannte krankheit gehabt forschung war alles schon mussten wir erst mal erforschen und haben dabei ein dino ich habe versucht helikopter und ranger die biester die dinosaurier leben zu halten eigentlich gut überstanden haben nur einen verlust gehabt aber trotzdem das ist ein fehler die die ihr nicht machen solltet eine erforschung medizinische behandlungen erforschen könnt dann macht das gleiche aber im ganzen chaos kann man das leicht vergessen ja ja mitte könnte nado 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 Ja, am Glück heute Morgen normales, im Anziehen ist halt normales Gebitter. Ja, am Glück heute Morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier sind die ZDF für funk, 2017 Das ist sicher noch ein bisschen. Kein Strom. Sturm ist vorüber. Tut ihr euch. Warum den Sturm? Eigentlich ganz gut. Überstand. Okay, ich muss die Runde wieder öffnen. Sicherheit steht an der obersten Stelle. Gut Kapazität, natürlich Sturm. Ach, dort hinten braucht man noch Schutzraum. Oh, ein Tornado. Dreck im Gehege. Läuft die Scheiße, Mann. Oh, Mann, ey. Oh, ich tehe das jetzt. Das war's für heute. Nein, nein, nein. Boah, was ist hier durch? Gucken wir mal, wo es los sind. So? Ja, ja, ja. Ich bin schon ein Wäsche. Wäsche. Ja, ja, ja. Ich bin schon ein Wäsche. Säge. Ja, 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 von der sinds. Das war's für heute. Läuft! Was ist noch einer? Na gut, er ist nur mit doppelt. Heia! Heia! Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Ach, scheiße, warte mal. Komm, lass dich frei. Lass dich frei, Digi. Sei lieb. Oh. Nein. 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 Was ist das? Was ist mit dir? Ist wieder hängen geblieben. Bitte nicht, Theox. Lass ihn in Ruhe. Ja, tot. Willkommen. Ja, Anfängerfehler. Schutzräume können wieder geöffnet werden. Egal. Was passiert. Zwei Sterne. Ja, wenn man vom Teufel redet, dann wird es krank. Ist mir egal. Jetzt mach ich jetzt erstmal die Fossilien. Zwei Sterne. Weg. Okay. Neubildo 9. Einverstanden. Okay. Ich muss erstmal deaktivieren. Ich schau jetzt keinen neuen Dino raus. unter kontrolle kriegen anfrage bestätigt schutzräume müssen wir hier machen fast gut hast du gut gemacht haley wir haben einiges vor uns zack w w w w w Vielen Dank.